Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit Nevergast. Ja, es wird ab heute eine größere Änderung geben. Ihr habt sicher in der letzten Folge schon mitbekommen, dass keine Musik mehr lief bei Minecraft. Und das hat da noch keinen spezifischen Grund. Und jetzt hat es aber einen. Und zwar habe ich gemerkt, dass es bei Minecraft, ich habe die Änderung zwar nie gekriegt, aber mir ist aufgefallen, dass bei Minecraft jetzt dauerhaft Musik läuft. Und da ich ja anscheinend mit der, mit irgendwas bei Minecraft nicht ganz mehr zurechtkomme und mir auch, muss ich sagen, die Musik, die ich eingespielt habe, auch wenn sie aus Spielen ist, nicht mehr gefallen hat, habe ich jetzt gesagt, okay, ich mache ab jetzt eine Minecraft ohne Musik. Lass uns nur noch die Minecraft-Musik laufen. Es ist übelst dunkel gerade. Moment. Okay. Ich schreibe mal auf 60%. Lass uns die Minecraft-Musik immer laufen. Und dann spielen wir so. Ich finde das ganz cool. Ich finde das ganz cool. Wenn euch das gefällt, dann schreibt es doch mal bitte in die Kommentare, wenn euch diese Änderung gefällt. Ansonsten kann man das gerne auch wieder rückgängig machen. Das stört mich absolut nicht. Ihr seht auch, ich habe ein neues X-Toback drin. Oh, das habe ich nachgeklärt. Oh, das habe ich nachgeklärt. Oh, das ist ja eigentlich mega schön. Und ich habe mir schon immer gewünscht, dass man mal mehr Minecraft-Musik laufen lassen kann. Und dann machen wir das jetzt einfach so. Gute Nacht. Na, Moment. Hier liegt gerade was sehr komisch rum. Also nicht ich, sondern... So. Huch, wo bin ich? Hier. Ja, dann machen wir uns auf den Weg. Jetzt wird Wolle geerntet. Und ich habe noch eine weitere Änderung. Die habe ich aber noch nicht jetzt. Jetzt reicht es aber, wo sind die Viecher denn? Meine Fresse. So, was ist hier draußen? Nichts, hier. Du warst du zufällig da, zufällig am kalten Ort. Echt, schwarze Wolle? Ich bin ja nicht ensam. Schwarze Wolle, schwarze Wolle. Ich muss die Schafe dann mal alle wegführen hier. Das ist eine mega Penne dran, die ganzen Schafe. Viel zu viele Schafe, viel zu viele Schafe, viel zu viele Schafe. Ich glaube, das mache ich auch gleich mal. Sonst komme ich hier nie, werde ich hier nie fertig. Ich gehe noch mal kurz her raus. Pack ich die Wolle mal irgendwo rein, wo ich sie auch wieder finde. Hier ist nämlich so eine Kiste. Ach, oben sind ja die Wollekisten gewesen, klar. Die ursprünglichen. Was ist das Wolle, ist Bürgernholz? Teppiche haben wir noch, die muss ich auch mal hier reingetze. So, hier habe ich Glasscheiben, hier habe ich weiße Glasscheiben. Kuhfleisch und Leder. Habe ich ja nicht gerade was aufgesammelt? Ja, doch, Leder. Ne, hier wollte ich hin. Ich wollte gucken, was ich hier alles so habe. Moment. Den Kies könnte ich gebrauchen, das wiederum kann ich nicht gebrauchen. Den Kaktus brauche ich nicht, dafür könnte ich das eventuell gebrauchen. Ob ich hier nicht so viele Eier habe, weiß ich nicht. Ja, das soll es erst mal sein. Ja, natürlich die Frage, wo packe ich die Schafsweide hin? Das hier hinten wird wahrscheinlich Schweinefarben. Weil die so schön klein ist. Eine Schafsweide sollte schon größer sein, weil ich jedes Tier einzeln, also jede Farbe einzeln machen soll. Ob ich die hier runter packe, die Schafsweide? Ist ja eine Option, weil hier unten ist eh nichts und wir wissen eh nicht, dass wir hier runterpacken sollen. Ich probiere das einfach mal aus. So. Ich wollte ja eh noch ein Eingangszimmer. Äh. Ja gut, ich würde sagen, das ist dann so ein Geheimeingang. Hier kommt eine Kiste hin. Dann mache ich mir jetzt hier mal ganz kurz aus den Birkenbrettern Stöcker. Dann mache ich mir hier. Huch. Nein. Deutschlich korrektlich. Also es läuft vielleicht nicht egal. Hä, habe ich denn nicht gerade Birkenbretter Stöcker hingelegt? Es läuft vielleicht nicht die ganze Zeit Musik, aber es läuft viel Musik. Und man kann auch mal eine Zeit lang ohne Musik rauskommen. Genau, kommt hier so ein Eingang rein. Oh, dann mache ich mir hier ganz schnell mal noch aus den Rest ein paar Zäune. Ähm. So. So. Habe ich eine? Habe ich. Okay. Ich mache mir nicht ganz schnell hier noch das Ding weg. So. Äh. Ich muss auch sagen, ähm. Es läuft. Für diejenigen, die es interessiert, war Minecraft. Ist das, ich gell, das Grafikpack. Für diejenigen, die Minecraft interessiert, ähm. Es läuft momentan sehr gut mit meinen Augenproblemen. Äh. Es wird wahrscheinlich, hoffentlich, bald besser komplett so, dass ich wieder komplett aufnehmen kann. Ich hoffe, es zumindest sehr. So. Hier macht Sticht. Und hier kommt ein Weg nach oben. Und da können wir dann hier irgendwie ein paar Ton hinbauen oder so ein Zeug. Keine Ahnung, was hier hoch kommt. Da sehen wir, ist der Weg hier hoch und auch immer offen. Soll mich hier oben ein bisschen erinnern, hat er weg gemacht werden, achten wir. Wie immer halt, achten wir das weg machen, dann wieder neu aufbauen. Ihr kennt das ja mittlerweile. So. Da würde ich direkt mal Stufen basteln wollen. Stein. Ui. Achso, ich ging ja gar nicht mit Stein. Da bräuchte ich, wenn schon, sowas. Und dann könnte ich mit daraus Stufen basteln. Das wird aber nicht reichen. Darum nehme ich mir hier auch nochmal ein paar. So. Äh. Kann ich theoretisch eigentlich noch einen reingeben? Ach, alles klar. Das ist ne, das ist ne Hutsam-Kernz-Hacke. Das ist natürlich praktisch. So. Moment. Hutsam-Kernz-Hacke. Reicht aber nicht. Reicht aber nicht. so Jetzt aber Ja genau so wollte ich das haben und nicht anders das ist vollkommen richtig ich durfte ich muss die ganze Das ist der stein was habe ich denke habe ich hier gerade mal einen stein hingebaut die ganze zeit Auch wieder falsch Klack 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 So Warum läuft das zu wenig Musik ich habe gerade ungefähr 10 minuten habe ich minecraft getestet und geguckt ob die ganze zeit Musik läuft Jetzt läuft keine Musik mehr was soll denn das Habe ich denn jetzt noch Nein nein nicht machen wir das anders Autsch So So Ist der falsch steil fällt mir gerade auf So Dann nehme ich die erde Dann nehme ich hier keine zombies drin vor Und mir irgendwelche spawnrassen durcheinander bringen die ich im laufe des mails vielleicht mal Machen möchte Machen möchte So So und dann geht es hierher Auch habe schon lange nicht zum stein ziegeltreppe Ja was baue ich denn hier die ganze zeit Stein ziegel hä bin ich jetzt bekloppt Leute es ist anscheinend eine andere treppe Machen wir das ganz einfach Hoffentlich sieht das gut aus Warum nicht Sieht doch cool aus So Und jetzt geht das weg hier so und machen wir uns jetzt hier Zäune hin damit hier auch wirklich nichts hin kommt Jetzt bräuchte ich mal ein paar Fackeln oder so habe ich natürlich keine dabei Ach dann gehe ich jetzt mal schlafen Oh Was macht der Creeper hier Hilfe 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 Oh mein Gott Nein Alles ist so ruhig Ich bin das gar nicht gewohnt Oh Alter Das fiel mich jetzt erschreckt Der Schlafen Das sieht aber voll cool aus So irgendwie mit dem leuchtenden blauen da unten Nicht schlecht aber auch nicht gut Okay Ähm Ja ja So So sterbt alle Hier mach ich mal zu Ist ja auch schon eine ganze Weile offen Na du Huhn Und auch hier kommt mal sowas rein Ah ja die andere Änderung die ich jetzt euch verraten wollte und ich getan habe Wo ist der Creeper Äh ich wurde jetzt von einem Kumpel oder also ja von einem guten Bekannten wurde ich eingeladen auf seinem Server zu spielen zu dem hatte ich ja auch schon ein paar Ich Hatte ich auf magic mine ja noch versprochen sich da auch mal wieder anfangen zu bleiben Und äh bei der momentanen rase an minecraft wäre es absolut sinnlos wenn ich da jetzt drei projekte anfange gleichzeitig Und darum äh werde ich Höchstwahrscheinlich Dich Ja Tsk Tsk Tipp Tsk 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 T Told